So, bald hab ich gesucht mal drauf hier. Ich hoffe, dass er vorgehört, ne? Lauf! So läuft er. Stefan ist auch da, siehst du? Der kommt gleich, Stefan kommt gleich. Ja, das ist netter. Aber der ist doch so gut wie weg, der Junge, ne? Hätte ich gerne hier behalten, Stefan. Prostig aus. Hier, hier, hier. Ja, hier kommt auch, die alte Emanuel ist auch wieder klar. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, ich hab wieder vor euch. Hallo, Tippi. Na, Tippi. Gute Zeit, ja. Gute Zeit, ja. Hau rein. Du hast aber ne Granade gekriegt, Tim, ne? Stefan. Merlin. Merlin, alles gut. Du hast ja 10 Kilo abgenommen. Du hast ja noch mal. Hast du Heim, hast du Heim, wie es drin die anderen hat? Oh, komm, dann die anderen sind wir schon. Dann haben wir es aber schon. Dann haben wir es aber schon. Merlin hier auch unser ... Peter, endlich bist du zurück. Dann haben wir dich vermisst. Ich sag, ich hatte Entzugerscheinung. Weißt du das? Die wollten mich schon das Heim bringen. Deine Ahnung. Peter, Peter, Peter. So, alles gut. Ne, ne, alles gut. Aber dann hast du ne Granade gekriegt. Die freut sich auch, Peter. Das Wiedertraining ist dein Fraud. Meine Frau, die freut sich ja. Au rein. Lass noch ein Auto fahren. Lugisch. Lugisch. Super, danke. Bis zum nächsten Mal.